Wenn ihr ein Elgato Wave Mikrofon euer eigen nennen könnt, dann habt ihr ein ziemlich geiles USB Mikrofon, was auch mit einer ziemlich geilen Software daherkommt, die es euch ermöglicht, euer Audio separat zu regeln, aber dann auch zusammenzuführen und über eine Audioquelle in den Stream zu überführen. Es gibt nur ein Problem beim Elgato Wave und das ist aktuell die Rauschunterdrückung, denn das Elgato Wave, das nimmt sehr viel Umgebungsgeräusche auf, wenn ihr nicht noch mit einem Noise Gate oder so dagegen regelt. Es gibt zwar Funktionen bei Elgato Wave in der Software, um zum Beispiel das Klippen zu verhindern, aber die Rauschunterdrückung, die gibt es noch nicht. Zum Glück gibt es ja aber Nvidia Broadcast mit dem RTX Voice Plugin, welches euch ermöglicht, ein wirklich richtig, richtig geiles Rauschunterdrücken in euer Mikrofonsignal zu integrieren. Aber wie kann man denn jetzt RTX Voice nutzen und die Elgato Wave Link Software mit dem Elgato Wave? Genau das schauen wir uns in diesem Video einmal an. Wenn ihr also ein Elgato Wave Mikrofon benutzt, gehe ich auch davon aus, dass ihr die Wave Link Software schon erfolgreich eingerichtet habt und auch wisst, wie das Ganze funktioniert. Wenn nicht, würde ich euch empfehlen, vielleicht nochmal die Playlist zu der Wave Link Software anzuschauen, die ich erstellt habe. Das Ganze findet ihr oben rechts in der Infobox. Außerdem habe ich euch das Ganze auch in der Videobeschreibung verlinkt, also da findet ihr genau heraus, wie funktioniert die Wave Link Software. Ich gehe auch davon aus, dass ihr Nvidia Broadcast kennt, beziehungsweise RTX Voice und auch das schon eingerichtet habt. Also wir haben unsere Basis gesetzt und wir schauen uns nun an, wie wir diese beiden Tools miteinander verbinden können. Fangen wir doch erstmal mit RTX Voice an. Und zwar in der neuen Nvidia Broadcast App habt ihr ja den Reiter Mikrofon. Dort wählt ihr eure Mikrofonquelle aus und könnt den Effekt Geräuschunterdrückung drauflegen und aktivieren. Das Ganze haben wir hier schon gemacht und was wir mit dem Elgato Wave Mikrofon machen müssen, ist halt, dass wir als Mikrofonquelle Mic in Elgato Wave 1 oder Mic in Elgato Wave 3 auswählen. Also unser Elgato Wave Mikrofon. Dann den Effekt Geräuschunterdrückung und das Ganze aktivieren. Und schon wird unser Elgato Mikrofon durch RTX Voice geschleust und eine Geräuschunterdrückung findet statt. Öffnen wir doch einfach mal die Wave Link Software und dann schauen wir uns dort genau an, was man ändern muss, damit das Ganze nicht direkt vom Mikrofon in unseren Broadcast StreamX geht, sondern erstmal durch RTX Voice geht. Hier in der Software Wave Link von Elgato sollte euer Setup ungefähr wie dieses hier aussehen. Ihr habt auf der linken Seite euer Mikrofon, das habt ihr schon ausgewählt und dort seht ihr auch, wenn ihr nicht sprecht, dass Ausschlag zu sehen ist. Das ist natürlich ziemlich doof, das heißt, das Mikrofon ist permanent am Senden. Man könnte jetzt vielleicht in OBS ein Noise Gate drauflegen, aber auch da muss man aufpassen, dass man das nur macht, wenn man das Mikrofon als getrennte Audioquelle in OBS hat. Schauen wir uns doch erstmal an, wie man das Mikrofon aus dem Broadcast Stream Mix rausnehmen kann. Also hier unten aus dem Stream Ausgang, den ihr zum Beispiel in OBS verwendet. Damit das Mikrofon nicht damit drin ist, was wir ja nicht haben wollen, müsst ihr hier bei diesen Einstellungen einmal auf das rechte Icon klicken. Damit nehmen wir das Mikrofon raus und ihr seht, dass hier unten das Mikrofon nun nicht mehr in den Stream Ausgang geht. Das heißt, wir haben schon mal den ersten Schritt getätigt. Wir können dann einmal hier oben auf das Dropdown klicken von dem Mikrofon und dort sehen wir auch alle Einstellungen, die wir tätigen können. Unter anderem haben wir hier einen Clip Guard und einen verbesserten Low-Cut-Filter, aber wir haben kein Noise Gate und auch keine Rauschunterdrückung. Hm. Was wir also machen ist, und das haben wir ja eben schon getan, wir fügen unser Wave Mikrofon in der ATX Voice App ein und wir brauchen nun den virtuellen Ausgang von dieser Nvidia ATX Voice App. Dafür, und das mache ich jetzt einfach mal mit System, müsst ihr einfach ein weiteres Audio-Gerät bei Wavelink hinzufügen. Und zwar, wenn ihr mal hier zum Beispiel auf einen Dropdown klickt, wählt ihr hier nun Mikrofon Nvidia Broadcast aus. Und schon habt ihr, oh, ich habe mich verklickt, das Nvidia Broadcast Mikrofon. Ihr seht auch hier, dass es nun ausschlägt, wenn ich rede. Aber vergleicht mal bitte das reine Mikrofon mit dem Nvidia Broadcast Mikrofon, wenn ich nicht rede. Ja, das Signal ist sauber. Und dieses Mikrofon, das fügen wir jetzt in den Stream mit ein. Das heißt, hier ist das Icon aktiviert. Wir nehmen hier auch einmal das Monitoring raus für das Original Mikrofon. Und schon hören wir auf unseren Ohren und auch im Stream nur noch das Mikrofon, welches zunächst durch ATX Voice läuft. Das heißt, wir haben nun eine Rauschunterdrückung mit in der Wavelink Software, vorher integriert durch ATX Voice, und haben jetzt nicht mehr das Problem, dass man vielleicht zu viele Nebengeräusche hört oder ein Rauschen oder PC-Lüfter oder, oder, oder. Ist alles weg. Ihr habt die Rauschunterdrückung drin, aus die Maus, fertig. Und so einfach könnt ihr die beiden Tools miteinander verbinden und das Ganze in euer Audio-Setup integrieren. Ja, diesmal ein wirklich ziemlich kurzes Video. Ich dachte aber, dass es einigen helfen kann, das Ganze nochmal wesentlich aufzuwerten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal.